ich habe nur auf ein lebenszeichen von euch gewartet ich habe mal gesagt, dass ich kurz auf dem Klo bin ich brauche jetzt nichts ich würde uns noch ein bisschen nix von dem Robin gebraucht, ne? ja, der hat ein bisschen, ja, das hat jetzt gerade so ein bisschen gebraucht, bis der, bis der durchkam naja, alles gut hey Uschi, hast du mal Snacks? Uschi, ich muss auch noch zu der hingehen, wartet mal kurz hier habe ich warte, ich habe euch eingeladen, der ist wirklich äh, P&Qs, genug Zeugs gehört Panzerung und so könnte, wäre cool, wenn du noch holen könntest das blau hier überall, das ist doch ein Design, was du aussuchen kannst, ne? wenn du das Ding hast, ja ja, die Farben wie man es haben möchte so, ich hab's nix oh, das hat sie versorgt datenrettung datenrettung, ok die datenrettung, ok dann retten wir mal damen, äh, daten wir retten damen, genau ja, wir retten damen Moment, ich muss noch mal die Zolle, ich kann das auch noch kaufen so, jetzt so, alles, habt ihr alles? warte ja jetzt starten mal immer die daten das ist so oft Zeit, wenn ich mich so gerecht erinnere warte warte, 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 warte super also Markus, die beide sind die Feuerwehr ach Gott, ok, das kann nur gut aber wenn du Hilfe brauchst, kommt Markus mit sich mit raus und hinsch dir hab誓 aber preizennensvolle Auto steig in den Wasserwerfer ah, ich will Wasserwerfen dweb du darfst leider nicht ich will Wasserwerfen temperatesten weißt du was passiert wenn man an dich denkt moment das warst du er markus begibt es der stoner zementfabrik immer mal die gießerei auseinander genommen jetzt muss man die zementfabrik kostet man nehmen wir müssen müssen wir nicht auseinander nehmen also kämpfe mal alles auseinander nehmen muss was passiert jetzt wieder so auf die guten job sie sieht hier ein auto Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So Tepi, doch so aussteigen, rein mit dir. Hä, wo rein mit dir? Da, ab ins Gefängnis mit dir. Wo rein mit dir? Sie fährt gegen die Laterne. Ja. Ich habe Prison Break gesehen. Ich weiß nicht, ob man aus dem Gefängnis rauskommt. Oder was da alles reingeht. Nee, der ist ja nicht reingegangen. Der ist ja größer, der ist ja viel rausgegangen. Na, ich meine ja nur, was die alles so verstecken können. Ja, wir hatten ja trotzdem viel Insider-Hilfe. Wir müssen auch mal weitergucken. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwo gerade Mitte der zweiten, zweiten oder dritten Staffel. Okay, you're coming up on the first burn side to stop the fires, get in the files. Aye. Der rauskommt, der Käff. Und die Daten. Ja, das ist ja so. Dann machen wir es so. Erstmal die Leute da wegschießen. Bisschen. Sterbi, Sterbi, ganz viel Sterbi. Und wie sicher ist man jetzt die, 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 die wir jetzt haben nur Käff gerade. Achso. Jetzt dachte ich, dass Markus Deckung gibt, so Käff die Dinger einfallen. Komm mal, mein Freund. Ja, ich mach da schon. Alles gut. Ich krieg die Daten zu mir da hinten. Ja, hier. Ich mach schon. Dann. Jetzt der Festplatte ist gesichert. B gehe ich jetzt hin. Ich steck dich mal ruhig ein, Markus. Genau, steck du ein. Aber hier sollte ich jetzt voll. Nehmen wir mal die zweite Rückbitt. Steigern. Was? Gleiches Spiel schon wie vorher. Gleiches Spiel schon wie vorher. Gleiches die Leute erstmal wegschießen. Und dann holen wir uns in Ruhe die Festplatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Looks like they really want these files erased. This code named Bogdan is sending agents to try and stop you. You've got to stop them stopping you, alright? Some of those files have Clifford on them. So, der hätte uns jetzt weg. Alles gut. Ich hab den Fahrrad anschossen. ... in den öffentlichen Malls, oder? Du willst deine Firma, Street Sweepers, die rausnehmen, und deine Privatpersonen, um deine Privatpersonen zu schützen. In Vans, wie so! Ich bin eher ein Universal-Income-Kunde-Guy, selbst. Ha! Well, uh, das werde ich die Peasen glücklich machen. Ich glaube, es wird ein bisschen glatt bei den Jungs. Ich glaube, bei 16 Minuten Restzeit, würde ich sagen, da kommen noch mehr Stellen, dass das vielleicht drei oder vier Stück sind. Weiß ich nicht, Yvonne muss das wissen. Boah, vier Stück. Vier, na. Warte ich mir schon mal. Ich bin jetzt auch, ich bin jetzt nicht weg. Gut. 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 So, ich gehe raus. zwar clever genug jetzt nicht überfahren während ich da draußen stehe das war fast mein komplettes leben wo ich mich jetzt überfahren dass damit war ich tot verstehe bitte oben auf dem dach steht nur einer jetzt nicht mehr ich glaube die kann durch alle weg sein ich bin schon gerade bei der dritten festplatte jetzt so 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 Die Gehäuser sind alle, die sich gegen die Gehäuser zu verabschieden. Die Gehäuser sind alle, die Gehäuser, Begräuner, Lehrer und Lehrer. Die Gehäuser sind zu viele Degrees. Du und ich, mein Freund und Kali, werden wir über die Wasser-Kanitzen. Jetzt, ähm, Utopien. Was? Nein, es ist ein Blut-Print für eine perfekte Welt. Warum bezahlen für Krab-Services, wenn du dich selbst verabschiedst? Ich denke, dass ich jeden Effort zu minimieren. Ja, der Fahrer erwischt auf jeden Fall. Feuer löschen oder der Yvonne-Effekt. Nope. Die Gehäuser sind zu verabschieden. Sie versuchen mich zu verabschieden. Put out that fire! Ich meine, sie wirklich versuchen dich zu verabschieden. Wie viele Agents sind da? Save meine Files! Hey! Wollt du mich, Suckerberg? Hey! Extinguished! Go für es! Ich glaube, wir sind zu nah dran. Aber hier kann die kein Lie Liberator, das Hackfack zu verabschieden sind. Jahrhunde Lärm! Dann wissen, was ist anarchisch der Grenzen, welcher Cornel-M eighty? Ja! In Providence! Jetzt bin ich vert ready mit einer 심iscaligen Weg. Also die Feuere sind schon mal gelöscht. Ja, fehlt noch gegenseitig. So, da kommt noch ein Auto. So, dann gehe ich mal raus und fang mal an mit den Dings. Wie kümmern wir euch um die Gegner? So, da kommt noch was. So, da kommt noch ein battles. Ah, shit! It's not here! Scheiße. Ist hier vorbei. Scheiße, Mann, ich hätte noch einen Twist bitte gehabt. Zwei, dreiß Kills. Ich glaube, von der Anfang, wie wir es jetzt waren. Ich hoffe es. Ja, ich glaube, mit Ries jetzt jederzeit. Wir hatten irgendwie noch zwei Minuten oder so. Wir hatten jetzt den dritten Punkt. Und dann fehlt noch eine Festplatte. Die Mitteilung, ach Gott, erst dies. Ich muss erstmal die Gegner wegholen. Das hier ist der zweite Punkt, ne? Ja, das ist der zweite Punkt erst. Ah, ne, gut. Ah, das war okay. Gut. Das war schon Checkpoint. Ja, wir haben die gleiche Zeit noch quasi und müssen jetzt nur... Wir müssen zum letzten Punkt nochmal fahren. Oder eine Minute oder so weniger. Keine Ahnung. Mit der Maschine-Learning-Revolution, es wird uns in der Hightower, EATING POKE AND PLAYING BOARD GAMES. While the slow to adapt are all out there banging the gates. All the doctors, lawyers, accountants, teachers, professional suckers for too many degrees. So. Ne, ich hole mit deiner Volkskappe. Glückwunsch. Fuck, ich veratmet wollte. Smiley. Komm, wir hier ran. Ich kann sie gar nichts rauswerfen, ne? Keine... Keine Granaten. Sieht nicht so aus, zumindest. So, der eine hat schon den Fahrer weg. Da ist ein paar... So andere auch. Sie haben jetzt mal die Fahrer weggeschossen, das heißt, die sind schon mal raus. Ah, der geht irgendwie um die Kuhlücken-Schnellearbeit. Ich weiß nicht, wie es 강aisert sind, aber ich würde nach vorne erleben. Sie versuchen, mich zu verwerben. Auf die Feuer. Ich meine, sie versuchen wirklich zu verwerben. Wie viele Agente da sind. Aus zu so eins. Ich weiß nicht, wie es so gut geht. Sie waren auf die Feuer, aber es geht weg. so ein auch nur noch ein noch ein feuer ja das ist gut alter was die einstecken das ist krank ja krass ja 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 Da fangen wir mal mit den Festplatten an. Wir haben nämlich nur noch 6 Minuten oder so. Ja, ja, ja. Collect, collect. Ich collecte ja alles. Ich bin der Collector. Geh weg. Hier bleibt. Stopp. Alter, ey, dieses... Dieses aus dem Nichts gespawrene ist einfach so zum Kotzen in dem Spiel, ey. Ja, ja. Du denkst, du hast alles erledigt auf der einen Seite und dann auf einmal, ups, hier bin ich. Entschuldigung, jetzt ist das schon wie da, ey. Jetzt hör doch mal auf, du steilspieler, da ist doch zum Kotzen. Und dann fressen die halt auch... Ich hab dir jetzt eine Festplatte, Markus, komm rein. Ich lass auf die Gegner. Jetzt, auf, auf. Wir haben einen Heli hinter uns. Wir haben einen Heli hinter uns. Da hast du ja geliebten, ja? Du siehst. Ja. Boah, ja, sehr gelaufen. Fünf oder so sind das, glaube ich. Ja, das wird knapp in drei Minuten. Ja, eben. Hat er jetzt auf jeden Fall gerade geholt. Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. oh 2 13 wird sehr knapp vor allem noch mit den ganzen gut dann bleiben wir jetzt im auto holen wo die gegner machen dann du sagst es da ist auch einer auf dem dach irgendwo wo den einige zitter schönberg hat geholt wird auch die auch die beiden und 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 so dann mache ich mal fest alter was die einstecken das ist noch lachhaft ist das doch hier zu zweit ist auf jeden fall immer noch bei uns im nähe nummer drei da steht der vierte wenn das auf marcus als politik komme ich jetzt nicht so einfach aber ich habe die gegner scheiße man deckung gehen kann da ist noch einer dieses anvisiersystem manchmal ich habe hier ruhe alles gut gut dass ihr nicht sterbt ich habe jetzt die letzte festplatte ich bin dabei ich bin unterwegs jetzt einfach ja es ist gerade ziemlich egal ob da die feine die feine sowieso immer wieder ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei Oh Ja Danke Alles gut Alles top Bevor das Alles erledigt haben Die Mission Ja jetzt kommen wir entspannen Und Yvonne's Effekt Auf die Männerwelt genießen Und jetzt überfährst du die Käufer Die Typen da Die blauen Kreise Oder Yvonne Hier sie sind Dein Clifford-Code ist zurück Mr. Hertz Das war fast ein großer Dissaster Für alle wirklich intelligenten Leben Auf dieser Planeten Meine Freunde Well averted Was ist los? Platin verdient Vollkommen zu Recht Ich hab hier die meiste Arbeit gemacht Die schlechteste Aber die meiste Was? Moment Ich hab die ganzen Festplatten Ich hab mich in Lebensgefahr begeben Und hab die ganzen Festplatten Da rausgeholt Aus den neuen Autos Und auch nebenbei Ganz viele Gegner weggeholt Ich weiß nicht wie viel es waren Am Ende Aber Einige Ich bin aber kurz aufgehaubt Geht's ja gleich dann weiter Wahrscheinlich ja Ich bin aber Stop! 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 Hello, you're through to Merriweather Security Consulting. What can I do for you? Congratulations, you have successfully booked an airstrike. Please drop a flare so the pilot knows where to target. Clear the target zone. If it isn't my creepy silent friend, how can I help? Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. I'll take care of the LSPD. I'll take care of the LSPD. I'll take care of those in the next few months. But I'll take care of those who want to make it easier. So, I'll take care of those in the next few months. No, yeah.